Puts ist viel geiler, die spielt Vidal und so. Und dann noch Zuckerhaken, diesen Stil ist zocken. Hat er nicht Stilis? Also es gibt's komplett weiß. Aber egal. Lass Sirene mit Zuckerhaken, wenn du willst. Ja. Ja, ja. Schau mal kurz, wer er ist. Astrid, Astrid, Tiago und Finn sind Erster. Tiago und Finn sind Erster. Hi. 111 Punkte haben die... Warte. Ich schaue mal, ob Finn streamt oder Tiago. Ich schaue auch mal zu, er spielt ja selber. Die Gabel ist sehr... Warte mal, ich frage mal, was er ist. Lukas, was ist? Lukas. Ey, 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 ey. Also es gibt's aber, ich weiß nicht, wie man das macht. Du kannst jetzt YouTube-Videos anschauen. Es gibt's sogar noch ganz weiß, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es gibt's sogar noch ganz weiß, aber... Okay, zockt jetzt Sirene oder Eichen-Skin-Duris. Ich hab schon, ich hab schon Dreamback, du musst du bereit machen. Wird's jetzt dir auch angezeigt? 50 Punkte hat er... Äh, äh... Armer. Er wird grad so geschüttet, gell, von einem. Das ist bei dir nur ein Bug. Wieso glaub ich zumindest. Bei mir steht, komplette Macht Solo-Cup. Ich bin Ladebildchen. Digger, komm ich jetzt... Ich bin Lade-Skin-Duris, gell. wo wollen wir wo willst du landen sagt steamy steamy wir müssen ein markieren vor wir landen wo wir markieren hallo die gesagt nicht ein ding internet die arian karim hallo ja 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 ich habe ich kann mich gar nicht bewegen entweder jemand hat sich eingeloggt oder jemand hat sich eingeloggt oder so soll ich nicht sie mir landen ich kann mich gar nicht bewegen hier warum keine ahnung die benutzer wechseln dann wieder rein da stand wegen netzwerk fehler nicht mehr in der platte ich kann ich kann waffen nicht sortieren ich kann waffen nicht so tinga warum keine ahnung wie buch stellt man sein die wirst einstellungen auf kontrolle da musst du in den da ist die ist im moment keine ahnung eigentlich muss es kann man ganz schön wort man ging damit gelandet keine ahnung ich kann keine waffen sortieren ich kann auch nicht werfen also wenn sie das liegt warte mal ich kann waffen sortieren ich kann ich kann nicht werfen schock warte mal angreifen mit der waffen vorliegenden traurig in den traurig in den traurig das ist die irgendwo bei zahnart als anwarten komm ich bin ich ganz schön das automatisch aufnehmen rechts ist ein süd ich glaube bei zahnrad bei kampf ich glaube das letzte musst du anhaben wenn es nicht alles dann stimmt ist falsch bei zahnrad bei kampf ich kann immer noch nicht ich kann immer noch nicht so ist anmachen wenn du das noch nicht anders bei zahnrad bei kampf das letzte hat mir spaß gezogen es kann nach unten zu kampf zu kampf steht und dann das letzte ich habe es schon ich habe es schon nicht es funktioniert nicht sagt ist da alles an bei dir bei gebäude bei kampf meinst du dabei gewollt bei kampf was ist da alles bei kampf ist erster an zweiter aus erster an zweiter aus erster an und bei gebäude bei gebäude ist bei mir an 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 aus also alle drei ersten an und die das letzte aus die kampf was das drüben kannst du nicht so zählen ich kann keine waffen sortieren kann man das so ein ständiger bei kontroller kann es nicht sein wenn du mal kontroller im mord wiederholen in der sennigen dort markieren und in dem braach mit dem bauten und von einem ausführung nicht getrunken die sind im 1.2 kann man auch kennenlernen lassen es kann doch ich kann auch keine waffen mehr markieren doch kann ich aber mit ihm ja dann ist so ohne heute wie sollen wir denn spielen wenn er so ist wenn gegner oder es ist der bot das locker der gott wenn er hier im haus die selbst zwei bäge ich hab wirklich für dich im weg wenn wir noch mindestens da kann ich ja auch noch mit potter bringen eh nix und dieser jassen der provoziert mich wenn der mich nicht produziert die verständigung ich muss selbst auch bestätigen muss ich muss ich muss doch noch nie bestätigen noch nie noch nie muss ich bestätigen ich muss kreis drücken dass ich bestätigen mit der minuten muss ja letztes soll ich weiß nicht wie die monst einstieg ich gehe glaube ich aufländige ich habe auch kein bock mehr nein ich kann nicht mal spielen ich gehen die lobby kann gar nix was soll ich denn fach die action wie diese neben zahnrad recht neben zahnrad musst du das musst du alles anhaben ob du das alles anders vielleicht hast du wissen musst du alles anhaben was denn bei neben zahnrad neben zahnrad dieser hut größe also dieses post ja die post allerdings diese zeichen wie das hat schon viel wie ein bildschirm aber da ist wenigsten drei und so musst du alles anhaben ich kann noch nicht zielen ja ich kann nicht zielen meine eisung geht nicht weiß und sie gehen gleich gut digga bis in stream ich habe keinen bock mehr ich hoffe nein